So Jessica, hol mal schnell deinen Pony. Die Reitstunde geht gleich los. Wir müssen uns beeilen. Mama, ich hatte heute Sport, deswegen tu mir meine Beine weh. Ach Jessica, ja dann ne, bleib sitzen. Ich mach das für dich. Ruh dich mal ruhig aus. Ich hol ihn schnell. Jessica, beeil dich jetzt mal und hol deine Sachen schnell. Komm. Oh Mama, irgendwie hab ich gerade Kopfschmerzen bekommen. Ach Schatz, ne, wenn du Kopfschmerzen hast, dann setzt du dich ein bisschen hin und ruh dich aus. Ja, ich mach das schon für dich. Endlich meine Ruhe. Jessie, Schatz, hier, ich bring dir deinen Pony. Geht's dir denn besser? Kannst du überhaupt die Reitstunde reiten? Ja klar, geht schon wieder. Hi Jessica, na, können wir loslegen? Ja, ich freu mich ja schon richtig auf die Unterrichtsstunde. Ach ja, Jessica war heute total motiviert, ne, ich konnte die kaum bremsen. Hier Jessica, wasch mal schnell die Trense aus und putz die mal bitte noch richtig eben. Äh, ich hab doch wieder Kopfschmerzen. Vielen Dank.